dann lass uns mit dem team beginnen wir werden die göttliche buddelkönig trainieren diese tipps zu herzen und richter an während wir trainieren buddelkönig-götter-könig-tipps beruhige deinen geist und drücke wiederholt ja konzentriere dich und du kannst an orten kamen die du es vorher nicht konntest dann grab einfach weiter und hast alles verstanden und dann ich gewähre dir diese technik schrift heute wie sie wenn du vergessen hast was sei denn krieger zu sein ja stehe mit deinem körper mit dem geist an gott aber sogar hier können wir jetzt graben das reicht jetzt sehr beeindruckend ja 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 vergiss nicht die selbstverbesserung sehr schön das heißt wir können jetzt zeug ausgraben was wir vorhin nicht ausgraben konnten und an orte springen an die wir vorhin nicht springen konnten hier ja 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 Das muss ich sagen, gefällt mir schon mal sehr. War hier nicht am Anfang auch irgendwo ein Kleeblatt? Oder war das in der Nähe der Stadt? Ich glaube, das war in der Nähe der Stadt. Na, Zeug für den Magen. Sehr gut. Das heißt, ich soll mal kurz ein Save machen. Oh. Es gibt nur 30 Save Slots. Das heißt, wir müssen wieder oben anfangen. So, dann bin ich mal gespannt, was sich hier sehen lässt. Was ist denn mit dir los? Ah, ich weiß, du wirst hier raufklettern. Und du hast diese Technik gelernt, oder? Oh, was war das noch? Spring mit voller Kraft. Jo. Wow, was für ein schöner Ausblick. Zu schade, dass das Versuch mit dem Schiff ein wenig stört. Sieht ganz schön traurig aus, was? Hey, sieh mal, was ist denn das für eine seltsame Form, wie das Wasser da hat? Sieht aus wie ein riesiger, sicherförmiger Mond oder sowas. Die Form ist so perfekt, um ein Korallenriff zu sein. Ja, siehst du die Form? Sieht aus wie ein riesiger, sicherförmiger Mond. Da hast du deinen solchenförmigen Mond. Oh mein Gott, das sieht man auch nicht jeden Tag. Ich frage mich, ob es hier sicher ist, in der Lagune zu laufen. Hm. Na, das ist wirklich interessant. Oh, ein Schatz. Exorzismus M. Hm. Versunkene Schiffe, oder? Das ist ein... Bisschen... Diese Tür ist verflucht. Sie haben sich vielleicht so versiegelt, um Plünderer-Fernzahlen. Aber ich habe noch nie einen so unheimlich aussehenden Fluch zuvor gesehen. Ich hoffe nur, dass das Schiff nicht ein einziger großer Fluch ist. Das heißt, wir brauchen es gar nicht weiter probieren. Ich gucke lieber, was für Schätze es hier noch gibt. Glasperlen. Glasperlen. Und hoffe einfach mal, dass mich der Wasserdrache nicht fressen will. Ah, hier ist noch einer. Ah, hier ist noch einer. Da war sogar noch eine Yen-Münze drunter. Ein göttliches Amulett. Ja, erhöht die Göttlichkeit. Mhm. Mhm. So, dann suche ich den nächstbesten Weg. Hier raus, wollte ich sagen, aber... Wie komme ich hier wieder raus? Hm. Muss ich hier erst die Sonne scheinen lassen? Ja. Das heißt, ich kann gerade nicht viel anderes machen, als ich die Stadt gehe. Und noch mehr Zeug für den Magen sammeln. So. Dumm, 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 dumm. Oh, halt. Jetzt können wir das ausgraben. Klingt dafür 20. Ey. Tierchen. Kühe. Grünfutter. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Ach, da können wir nicht runterhüpfen, nur hier. Weil wir hier in die Stadt rein müssen. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Leute mir hier zu erzählen haben. Ganz ehrlich, das sieht hier aber auch aus, als ob es hier Zombies geben könnte. Hi. Das ist schrecklich. Der Wasser da verursacht so viel Ärger draußen auf dem Meer. Er ist schon so weit, dass ich nicht mehr gut verkaufen kann. Früher gab es immer viele Fische in Hiroshima und in der Stadt. Aber die Untertanen des Wasser dran haben sie alle verscheucht. Der Preis für frischen Fisch ist in die Höhe gescheit. Das ist für dein bisschen Geschick vor uns zum Einkaufen, oder? Ich habe nicht viel zu verkaufen, aber bitte such dir was aus. Was hast du denn? Blendender Schnee. Kräutermedizin. Holzkohle. Und der Rest ist Standardzeug, aber die oberen Sachen, also bis auf jetzt die Angelroten. Kaufe ich mal... Ah, ich kaufe auch mal die Angelroute da. Und den Rest kennen wir ja. Ja, das sind Schlüsselobjekte. Hm. Was haben wir noch hier? Einen Waffenladen. Eine Bombe davor. Hallo, du Clever. Was machst du denn da draußen in diesem Nebel? Jetzt ist aber keine gute Zeit, um in Sai umherzuwandern. Nicht seitdem plötzlich dieser Nebel aufgetaucht ist. Das Erscheinen der verfluchten Zone hat auch nicht gerade die Lage verbessert. Königin Himiko ist gegangen und hat sich in ihren Palast eingeschlossen. Und alle anderen verstecken sich in ihren Häusern. Ist es nicht eigentlich der Job der Herrscher, uns durch so schwierige Zeiten zu helfen? Aber zumindest läuft das Geschäft irgendwie. Wenn du Geschäft musst, um was einzukopfen, dann leg mal los. Siebenstreich. Goldstorb. Okay, aber das Rest ist alles Kampfzeug. Ja, die beiden Sachen könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Neues Schwert. Die Leute sehen hier aber wirklich alle krank aus. Ich frage mich, was Königin Himiko die ganze Zeit macht. Normalerweise ist sie für die Leute da, auch für uns Bürgerliche. Und bis jetzt hat sie es geschafft, die Stadt Saiyan vor dem Bösen zu beschützen. Ich verstehe einfach nicht, wieso sie sich plötzlich so abschottet. Königin Himiko, ich bitte euch, bitte kommt und rettet uns. Oh Mann, das sieht aber schlecht aus, Ami. Hat das denn auf dich alles gar keinen Anfluss hund? Als ich Königin Himiko zurückgezogen hatte, ist dieser seltsame Nebel aufgetaucht. Und es scheint mir von Tag zu Tag schlechter zu gehen. Ich kann mich nicht einmal dazu aufrafen, mir Medizin zu kaufen. Königin Himiko, wo seid ihr in unserer Not? Ja. Na ja, das ist ja furchtbar. Ich muss diese Briefe ohne Verzüngung ausliefen haben. Ich habe ja solche Schmerzen, dass ich kaum stehen kann. Der Nebel ist heute schon wieder dichter geworden. Oh, warum lässt mich mein Körper ausgedehnt heute im Stich? Dieser Nebel scheint die Leute krank und depressiv zu machen. Hast du von so etwas schon einmal gehört, Ami? Der Nebel ist heute schon wieder dichter geworden. Ich bin es leider müde, meine Tage hier so zu verbringen. Ich wünschte, ich könnte mich wieder bewegen und diese Briefe ausliefern. Denke ich mir fast schon. Gehen wir mal hier hinten rum erstmal in den abgelegenen Teil dort. Dann gehen wir auf der anderen Seite und dann sehen wir ja weiter. Was steht hier? Fährenanlegestelle. Hier ist nicht viel mit Fähre. Lack war ein Set. Aber solange hier kein Wasser fließt, hole ich erstmal alles, was hier unten ist, ab. Bollenhorn. Ja und ist sogar jemand noch in dem Kanal drin. Ein Korallenfragment. Ja. Hier streunt ein. Ne, ist kein Kind. Lehrling. Oh, was geht hier vor sich? Ich weiß nicht, was plötzlich über mich gekommen ist. Ich hatte plötzlich diese unglaublichen Schmerzen. Und jetzt hänge ich hier fest und kann mich kein Stück mehr bewegen. Ich bin so nutzlos, 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 nutzlos. Wenn ich nicht mal nicht mit dem Boss zusammen am Kanal arbeite, dann werden wir das Wasser nicht wieder zum Fließen bringen. Aber was soll ich nur tun? Ich wusste es, Army. Dieser Nebel ist kein gewöhnlicher Nebel. Ich meine, es ist über der ganzen Stadt und geht nicht weg. Er ist komplett unnatürlich. Anscheinend gibt es immer noch ein paar Leute, die unbeeinflusst bleiben. Aber wer weiß, was passiert, wenn das noch ein paar Tage so weitergeht. Ich bin so nutzlos, 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 nutzlos. Ja. Gucke ich erstmal hier hinten an. Nicht betreten, hier wird noch Wasser gegraben. Hier wird ein Kanal gegraben. Sieht interessant aus, findest du nicht, Army? Jo, ein Exorzismus S. Hm. Naguri, verflucht sei dieser verdammte Wasserdrache. Solche Ärger zu verursachen. Wie kann der Gott der See den Frieden so ruinieren? Ich wette, der Drache ist auch schuld am Zustand des Kanals. Alterskaos hat dafür gesorgt, dass sich der See verstopft. Tischlermeister Naguri. Herr Army, sieht aus, dass es so ein bisschen auch ein Problem gibt. In der ganzen Stadt scheint das total Chaos zu herrschen. Hm? Oh, bist du hierher gekommen, um etwas Wasser zu dringen, Wolf? Ich bewirte, es ist alles ausgetrocknet. Dieser Kanal war wirklich eine wichtige Wasserquelle für uns. Dann gab ich hier ein Loch, damit das Wasser wieder reinfließen kann. Die meisten Leute sind jetzt krank, sodass es kaum jemanden gibt, der helfen kann. Eigentlich bin ich der einzige, der noch übrig ist. Ein einsamer Tischler. Aber ich werde nicht darauf geben. Man wird ganz schön fit, wenn man meine Arbeit macht. Jetzt profitiere ich von meiner Fitness. Ich habe beinahe alles hier angebaut, das du sehen kannst, weißt du? Deshalb gibt es nichts, das ich nicht weiß über diesen Ort. Da ist die Stadt aber nicht gerade alt. Wir müssen wissen, worin der Schlüssel für diese Wasserversorgung liegt. Er liegt im Wasserabfluss vom Beewasee. Du hörst ganz schön gut zu für einen Hund. Vielleicht sollte ich dir dann über den Abfluss vom Beewasee erzählen. Die Stadt sei an, schwimmt in der Mitte des Beewasee. Das Wasser des Sees führt den Kanal um die Stadt, aber die Untaten des Wasserdrachen haben den Abfluss verstopft. Kein Wunder, dass der Kanal ausgetrocknet ist. Und darum sind wir jetzt in dieser erbärmlichen Situation. Ein besicherter Abfluss liegt unter diesem Gebiet. Wenn ich mich dorthin durchgraben kann, dann strömt das Wasser heraus. Das ist ganz schön aufregend, findest du nicht? Was du auch so denkst, dann kannst du mir vielleicht helfen. Äh, jetzt gerade nicht. Was bedeutet dieser Blick? Bedeutet das nein? Aber du hast es so bereits vorher ausgesehen. Darum habe ich dir alles erzählt. Sieht so aus, als hätte ich das falsch verstanden. Ja, ich komme zurück. Aber die Aufnahmezeit reicht nicht für ein weiteres Grabespiel. So wie das damals mit, ähm, mit Herr Bambus. Außerdem muss ich noch Kisten hier plündern. Ja, ein Stahlfasssack, ja. Oh, ne Perle. Ja, wenn ich mir das so ansehe, wir haben schon ein paar Perlen. Ja, sei an, Bürgerviertel gibt's fünf Stück. Ja. Hier in der Ecke war nichts mehr, gell? Nö. Das heißt, wir können hier hoch. Keuch, keuch. Ich fühle mich von Tag zu Tag schlechter. Und die Leute sagen, dass der Wasserdach alle möglichen Probleme vorursacht. Vielleicht wird die Ryoshima-Küste nie wieder ein friedlicher Ort werden. Ich kann diese Schmerzen und diese Sorgen nicht mehr ertragen. Oh, wann wird das alles vorbei sein? Ich kann diese Schmerzen und diese Sorgen nicht mehr ertragen. Oh, wann wird das alles vorbei sein? Was willst du mit all diesem unheimlichen und schlimmen Ding in der Stadt? Und den Gerüchten über den Unterhalt des Wasserdachens? Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ja. Ja. Noch so eine Yen-Münze. Was können wir uns hier ansehen? Sieht aus wie ein ausgenommener See oder sowas. Ich frage mich, wo das ganze Wasser hin ist. Ja. Ja. Fernanlegestelle. Ein paar Yen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt zum Spiegel und speichern. Und dann machen wir mal hier einen Cut. Ciao. Bis gleich. Und dann machen wir selfif. Und dann machen wir lächerlich sein würde das ganze Mal. Ich räume noch. Aber passt es zu seincekszusch置 stake. Bangel, auf mein excluded?